iiiiio und herzlich willkommen zu einer neuen folge black screen hallo mit csgo in 4 zu 3 und mega guter mikrofon qualität unserer teammates wie immer er sagt gerade wie go b also die gehen nicht durch connecte der blaue geht einfach mal richtung a unsere gegner haben ziemlich hart gedrückt in der aufwärmphase also ich hoffe mal dass die nicht ganz so gut jetzt sind im game nein wir haben keinen einzigen gekillt nice und wir haben alle headshots kassiert fängt wie immer gut an fängt wie immer verdammt gut an ey oh mann alter gut job dude wow die beiden typen haben keine armor in der ersten runde gekauft alter anscheinend pro player also diese noahs typen noah dude noir dude da schaut keiner toiletten oder was behind the orange fuck ah ich habe sie mal angesagt man hat sich halt nicht mal umgedrückt der spaß da es redet keiner ein wort man warum nicht warum und vor allem wie kommt man so auf so eine elo ich dachte in silber spielt man so zur erklärung ich hatte gerade schon so ich hatte gerade genau also wirklich hundertprozentig genau das gleiche spiel ich habe den bond gemacht in der siebten runde haben sie haben sie angefangen sich gegenseitig zu kehren und dann haben sie mich rausgeworfen also da waren noch zwei leute drin und dann hatten haben sie mich zusammen rausgebotet war zwar an sich besser so weil sie haben nicht surrendered aber ja ich hasse es rausgeworfen zu werden und ich hasse es nur 07 zu machen und ich hasse es mit leuten zu spielen die einfach nicht miteinander reden also ich meine man muss ja nicht reden da muss ja einfach nur sagen a b toilets oder irgendeinen scheiß trick halt erzählen wo der gegner ist oder einfach irgendwas sagen aber ich meine wenn man verliert und man sagt schon nichts dann machen sie es ja auch nicht wenn man gewinnt also wenn man jetzt irgendwie die bombe geplant hat und man erwartet den call wo der gegner ist wahrscheinlich hatte behind you hallo warum gehen sind die jetzt nicht angegangen warum hat er geschossen halt jetzt war es komplett umsonst dass sie überhaupt hängen gelaufen sind ok da war wenigstens einer wann hat er vorher nicht gesehen was was oh shit 1v1 gegen den volde volde jord hä was wie hab ich dem schaden gemacht hä wie hab ich dem steam und ach so das war wahrscheinlich der wo es am anfang in den toiletten stand kann ich gar nicht sein oder doch ich dachte das wäre der gleiche gewesen wo ich dann auch gekehrt jetzt können alle kaufen bis auf die trottel die jede runde geforspiled haben es ist wieder der csgo klassiker aber es redet nicht einer ein wort und naja dann fange ich nicht damit an weil am ende ist das alles meine schuld wenn ich irgendeinen call mache oder so also ich sag halt nur an wenn irgendwo gegner sind aber ich mache jetzt keinen call wie go b warum wirftet da eine smoke hin alter vor allem so spät oh er ist einfach durchgelaufen holy shit da hat die wohl jemand dicke eier in der hose ah das ist klar ich treffe ihn kein einziges mal der volde jord ist noch keine abp da oder was fuck boys care flashbang Wow, das wird gleich der Triple Bond Das ist der neue James Bond Film Free B, äh, Free Bonds I called it, you fucking dumbass Warum kaufen die, Alter? Irgendwie immer, wenn ich CSGO aufnehmen will, komme ich mit den allerschlimmsten Leuten ins Team Ich meine, ich weiß, dass ich schlecht bin, das ist mir durchaus bewusst Aber die Teammates sind mit Abstand die schlimmsten, wenn ich aufnehme Also es ist einfach so, es sind immer Russen, Polacken, die kein Wort reden Was, warum wirft ihr da eine Smoke hin, Alter? Komplett sinnlos einfach, ey Heilige Scheiße, Alter Jetzt wollte ich schon sagen, nice Flash, aber die waren nicht von uns Holy Shit Da hat er ein Brett kassiert One ist Bank Behind, oder was? Ich glaube schon, ja Ich glaube, da war Kacke Ich glaube, da war Kacke Oh, Outplayed, ey Finally Around Na, vielleicht sind die ja gar nicht mehr so schlimm Immerhin sind es Primates, die müssen ja in irgendeiner Form kommunizieren Aber die anderen beiden reden wirklich gar nicht Grün und Blau Irgendwie lag der careful, oder? Irgendwie lag der careful, oder? Aber wie willst Check out Check out Check out Das schlägt der Woldejord wieder zu One ist Bank Wir bringen Farbe in ihr Leben Huber Geilste Werbung, der im Hintergrund hat er Oh, er geht aber richtig aggressiv mit der AWP Oh, er geht aber richtig aggressiv mit der AWP Oh, er geht aber richtig aggressiv mit der AWP Hey, lol, wie hat er den Kale da hinten gekillt? Das hätte ich jetzt gar nicht mal gesehen Das muss ein Netter Kale gewesen sein Can you drop Orange? Thanks Oh, auch eine Redline Nur die Billigvariante von meiner Lass mal voll reinschauen Er hat auch überhaupt nicht gesagt, wo er ist Er fragt nur, wo sind wir? Statt zu callen, wo der Gegner ist Aber stimmt schon Ist kein Schwein mit B gegangen, aber naja Hätte er ja sehen müssen Ich hoffe, dass ich nach dem Game derank, ich hoffe es wirklich, Alter Dann sind wenigstens die Gegner genauso scheiße wie meine Team jetzt Oder genauso scheiße wie ich Oh, jetzt geht er einfach mit der AWP durch, ernsthaft Ernsthaft Statt sie zu saven oder einfach zu warten, bis der Smoke, bis die Smoke weg ist Was hat der gesagt? Hat der gerade gesagt Hat der gerade gesagt Fuck you yellow? Halt mal deine scheiß Fresse, du Spaß, Alter Hm, ich verstehe deinen Kurs Kleines Polacken-Kind, Alter Ist wahrscheinlich 14 Jahre alt Darf das Spiel noch nicht mal spielen, Alter Und macht hier einen auf dicke Hose, oder was? Ich bin wenigstens dem Call gefolgt Im Call von seinem Pre-Mate, Alter Was, eine Hurensohn, Mann Er ist einfach irgendwo A Toiletten, wenn B gecoilt wird, Alter Und dann mich flamen, dass ich die Bombe mit auf B genommen habe Ja, absolut mein Fehler Hätte ich lieber A gehen sollen wahrscheinlich Nice Wall-Hack, Alter Alles klar Genau Tja, ich wünschte, das wär ihm gewesen, das war einfach nur Lack Tja Er stand da in der Ecke, oder was? Naja, aber das hätte ich eh niemals gewonnen, aber Tja Gubi! Gubi, Frommschert! Als ich so ne Stimme gehabt habe, habe ich noch Pokémon auf dem Game Boy gespielt, Mann Da ich noch nicht meinem PC besessen, naja Warum schießt der, nachdem ich ihn gekillt habe, Alter? Wow. Ja, Hauptsache, du nimmst die AK, Alter. Ups. Ja. Na, MP7 finde ich aber auch ganz heiß. Was zum Teufel? A oder B, ist jetzt die Frage. Hat keiner einen Call gemacht, ob hier noch jemand ist. Seid bitte noch lauter grüner, Alter. Hat denn der AWP? Ja, er hat echt eine AWP. Wow. Oh, ein 4K. Let's go, Baby. Nicht mehr, Baby. Lol, Alter. Puh. Der Letzte hat auch wenig mit Skills zu tun. Einfach nur Glück gehabt, dass er... Oh, Mann, Alter. Ich liebe solche Games. Einfach so komplett Clown-Fiesta. Du spielst halt absolut scheiße und bist dann zweitbester im Team, Alter. Ich liebe es. Wir haben zwei Leute mit 1, 1, 9. Geil. Ah, fuck. Es kann halt nicht wahr sein, Alter. Welcher Spast macht sowas? Niemand pusht einfach raus. Ohne Smoke, ohne Flash, Alter. Geht einfach um die Ecke und gönnt sich den Kill. Okay. Take him four, Green. Take him four. Da ist noch eine Smoke. Oder AK. Oh, den hätte er dabei nicht haben müssen, Alter. Finde ich jetzt... Ich meine, ich kenne mich jetzt... Ich bin jetzt kein Waffenexperte, aber ich weiß nicht, wo die Schüssel sonst hinten hätten fliegen können. Also, außer auf den Körper von dem Typen. Das haben sie wieder alle gekauft. Love it. Okay. Man, you can't play. Okay. Man, you can't play. Okay. Man, you can't play. Fuck, boys. Water. One is water. Nice. Ich frag mich, wie die Bombe noch down gegangen ist. Oh, jetzt bin ich erst da. Hochgeplant. Hashtag plantgeil ist mein Lifestyle. Oh, Mann, Alter. So wenig Spaß hat mir CSGO schon lange nicht mehr gemacht. Aber das... Ich habe jetzt zwei Tage nicht mehr gespielt. Ich hatte es einfach nicht im Urin. Und ich hätte die Pause ruhig verlängern können. Weil, Alter... Auf sowas hier kann ich echt verzichten, Alter. Okay. Okay. Hat er eine AWP gekauft, oder was? Heilige Scheiße, Alter. Wow. Hat der mich erschrocken, Alter. Hohohoho. Der Woidejord. Scheiße, die waren dann. And... Schauen wir uns an, wie er stirbt. Oh, noch lebt er. Hätte er sein können, dass jetzt der 1D kommt. Ich weiß, dass der Toilet... Oh, sind die Premates, oder was? Ah, oder? Ne. Er hat ihm zugeschaut. Ah, Premates können sie trotzdem sein. Oh! Connector. Connector, wo ich bin. Boah! One, two, three. Was? Ich verstehe kein Wort vom Grün, Alter. Redet er überhaupt Englisch? Ich bin mir nicht sicher. Aber dann sagt er irgendwas auf Englisch, und dann denke ich mir wieder, was hat er da vorgesagt? Also dann hat er mega den strange Akzent. Ich muss jetzt mal schauen, von wo der kommt, Alter. Wer schaut sich überhaupt so ein Spiel an, Alter? Da muss der auch schon krank im Kopf sein. Oh, er hat privates Profil. Alter, der Blaue, der erkennt aber auch keine Furcht. One ist Connector. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Oh. Oh, ich dachte, er stand hier drinnen, Alter. Ich finde das Toilettengeräusch im Hintergrund immer voll nice, Alter. Alles so ernst, alles so voll deprimiert, weil die Hunde verloren ist. Und dann... Gets me a return. Deswegen liebe ich die Map. Ja, aber verlieren tun wir trotzdem. Und das ist nicht lustig. Das ist eigentlich gar nicht lustig. Aber wie gesagt, hoffentlich kommt der D-Rain. Oh no. Ah Leute, da war ja gar keine Smoke, was? Ah, Mann, Alter, wie er mir wieder direkt den Headshot gibt, ey. Okay, er redet eindeutig kein Englisch, Mann. Schauen wir jetzt das Dartscheize, weil der Feuer so ultra komisch geämpft hat, Alter. Was ist zum Teufel? Ah, okay. Dacht mir schon, was will er jetzt machen. Ja, wenn wir jetzt noch eine Runde gewinnen, würde jetzt der Pro-Gamer sagen, kann man die Map noch holen. Ah, ich mute den jetzt einfach mal. Erstens redet er kein Englisch und zweitens ist es einfach nur, man versteht eh kein Wort. Und das ist so nervig im Hintergrund und tut einfach nur in den Ohren weh. Nice Cover. Nice Cover. Seine Strategie ist einfach, er steppt so laut, dass sie nicht wissen, aus welcher Richtung die Steps kommen. Oh, da ist eine AWP. Wird Guigou von der AWP getötet oder nicht? Das erfahren Sie alles in der nächsten Folge von Dragon Ball Z. Shocking Blockbuster hier im Connector auf Overpass. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr sneaken, Alter. Jetzt wissen sie, dass du da bist. Oh. Carmen in Heart. Carmen in Heart! Wenn jetzt eine AWP ist, dann sind sie beide tot. Ah, es ist eine AWP. Ah, nee, doch nicht. Es ist ein Monster. Jetzt rennt er einfach mal short. Oh, der hat sich halt noch bewegt, Alter. Hauptsache, jo. War, war, war nice. Nice Runde, nice Runde, muss man schon sagen. Good, good half, genau, good half. Das trifft es mit den passenden Worten. I go long. Ey. Oh. Sorry. Vergessen, dass ich aufgenommen habe. Weil so dieses klassische CSGO-Ding einfach mal enttäuscht. Warum geht er jetzt long, Alter? Ich kann doch nicht long, dass du auch long gehst. Jetzt ist keiner Toiletten, du Stück Scheiße, Alter. Geil, Alter. Geil, Alter. Liebe den Kerl. Nur als seine Schritte mal von Toiletten gekehrt wird. LOL. Ist der Kerl entweder der Behinderte oder so? Also der Gegner. Nice. Wow. Oh. Lol, er hat außerhalb des scheiß Dingens geplanted. What the fuck? Hä? Schaut euch das an, er ist hinter der Linie. Hä? Schaut es euch an, er hat einfach hinter der Linie geplanted. LOL. Auch auf der Map ist es nicht drauf. Alles klar, Mann. Okay. Kann ich überlegen, was ich kaufen will, weil ich habe 2000 nicht... Warum habe ich eine scheiß Zeus gekauft? Leute, das habe ich gar nicht realisiert. Habe ich das gerade eben gemacht? What the fuck, Alter? Das ist komplett aus meinem Gedächtnis irgendwie gelöscht. Ich weiß es gar nicht mehr. Tja, also eigentlich UMP, aber irgendwie habe ich damit vorhin... Na ja. Ist aufgeschissen. Ich hasse es, Toiletten zu gehen, weil da werde ich immer geholt, Mann. Mann, was machst du? Mann, was machst du? Cool. Ah. Wenn du, wenn du, wenn du diese Runde verlierst, wir wollen, wir haben keinen Geld. Du willst, wir haben keinen Geld. Warum kauft Orange nicht? Ist die bessere Frage, finde ich. Orange bei UMP. Was ich mich echt frage, ist, wer hier zuschaut, Alter. Also von meiner Freundin ist es keiner, weil das wird ja mehr angezeigt. Holy shit, Alter. Oh nein, da muss ich ja mit den beiden, nein. Ach du Scheiße. Das wird jetzt eine Clown-Fiesta. Eine European-Clown-Fiesta wird das jetzt auf B, Alter. Warum wirft er jetzt eine Flash? Da kann doch noch gar keiner sein. It's B, it's B. Einige Scheiße. Die haben halt gekauft, Alter. Ich liebe es einfach. Weißt du, es ist Eco und ich kassier direkt einen Headshot und ja. Aber eventuell holen es die beiden sogar noch. Ah. Triggered. Triggered. Heilige Scheiße, Alter. Alter, geil, Alter. Einfach nur den kompletten, den kompletten Rage rausge... Er hat einfach das gesamte Match in sich zusammen gesammelt und hat es mit einem Schlag rausgelassen, Alter. Man, Banane. Banane? Nennt man das echt Banane? Ich hab noch nie gehört auf Oberpässe. Ich hab noch nie gehört. Okay, Fakey, Fakey. 1-0. Hm. I go B. Flash long. Scheiße. Oh Gott. Ich hab noch 1999-1943 Jahrecis. Ah, das ist klar. Er hat halt voll auf Blurum. Nothing B yet. Oh. Scheint gut. Na ok, jetzt lebt er noch die Bombe. Ich will auch was vom Kuchen abhaben. Guck mal, hier bin ich schon in der 5-7, warum lauf ich überhaupt hin? Ah, wobei in Attack 9 wäre ich sogar, naja, das ist eigentlich das gleiche. C1415. Wow, Alter, wir machen halt echt noch ein Comeback oder was? Ja gut, okay, bei denen ist er noch rausgegangen. Hätte ich nicht erwartet ehrlich gesagt. So wie das Game angefangen hat, hätte ich das echt nicht erwartet. Also, dass wir überhaupt 5 Runden bekommen. Und jetzt 7. Looks decent. Wow. Leg, leg, leg. Nein! Wow, 1mm daneben geworfen, Alter. He is fucking bad, man. It's probably B. Da war einer. Oder? No way, Alter. Aber er keult auch nicht, dass es A ist, gell? Ja, ich war mir grad zu sicher. Das ist nichts, Herr. Choked. Choked. Garbage Ass, man. Wenigstens reconnected. Achso, Moment mal, nee, der hat ja abgebrochen, gell? Stimmt, fällt mir auch grad ein, der stand ja irgendwas von 30 Minuten. Stimmt, der kommt nicht mehr rein. Das heißt, eigentlich... Ja, wobei, ja, ja, Blue hat ja sogar 5 Kills mittlerweile. Ich wollte nämlich grad sagen, eigentlich haben wir man advantage, dann wollte ich's einwerfen. Blue ja nicht, aber eigentlich schon. Also jetzt... Außerdem killst du ihn ja eh nicht alles, also... Wenn er Damage machen kann und die Position von den Gegnern aufdeckt, dann... Er läuft einfach durch die Smoke, Alter! Ja, jetzt B. Aber ne, gut, wenn schon zwei Leute gestorben sind, dann kann man schon mal durch die Smoke laufen. Was zum Teufel ist das für ein Gegner? Er schießt einfach durch, Mann. Holy shit, Alter! Ist er echt oben? Ich hab's gar nicht gehört, aber... Der anscheinend schon. Lol. Krass. Hab ich nicht gehört, dass einer hinter ihm war. Warum Ikon? Das ist so vorbei, wenn wir jetzt verlieren, dann ist es eigentlich eh over, ne? Aber naja, gut, okay, ich mein... Es ist eher relativ unrealistisch, dass wir jetzt, selbst wenn wir jetzt kaufen, neun Runden am Stück gewinnen. Ok, ich kann das nicht hören. Ich bin da. Ich bin da. Ich bin da, Blue. Ich bin da! Ich bin da. Äh, 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 schieße ich eigentlich durch den Durch oder so? Ich stand still und war voll drauf, Alter. Wie ist doch nur ein Schuss daneben gegangen. Naja, gut, okay. Ja, ist okay, Mann. Ich bin scheiße. Müsst ihr nicht kommentieren. Weiß ich selber. Aber komm, die beiden... Also, ich meine, die beiden gehen ja sogar noch, wo ich am Anfang gedacht habe, dass die eher die Schlimmeren wären. Weil sie wenigstens Kois gemacht haben. Aber die anderen beiden, äh, grün, komplett behindert, spricht in seiner eigenen Sprache, die kein Mensch kennt. Und, äh, ja, blau redet einfach gar nicht. Und, naja, gut, okay. Als CT hat er jetzt sogar angefangen, Fracks zu machen. Ah, okay. Deploying Flashback. Throwing Flashback. Ist okay, er muss nicht sterben. Wirklich? Ah, ne, er war von links, oder? Der war nicht hinter mir, oder? Wow! Eine P250 Boreal Forest. Heilige Scheiße. Let's go, Alter. Let's go. Dafür hat es sich sehr gelohnt, zu spielen. Wow. Aber ich finde, ich... Also, ja, wenn man mal die ersten fünf Runden oder so weckt ist, dann war es eigentlich eine ganz gute Runde. Also, ja, ich stehe 19, 4, 19. Ganz ehrlich, für mich ist das sogar eine gute Runde. Ist traurig, aber es ist so. Ich wette, die ist sogar Minimal, ja. Minimal, Minimal. Bitte was? Bitte was? Bitte was? Naja, gut, okay. Dafür muss man sie aber auch inspekten, weil so sieht die, die sieht aus wie... Das ist Kampfspuren. Das ist das Schlechteste, was es gibt. Und der Griff ist fast noch komplett intakt. Lol. So müssten alle Skins in Kampfspuren aussehen, dann wäre es nicht so schlimm. Oh, Mann, Alter. Ja, gut. Kann man nichts machen. War nicht so cool. Und, ja. Ich würde sagen, leider keinen D-Rank bekommen wir auch, ne. Aber, naja. Hatte ich wohl zu viele MVPs wahrscheinlich dafür. Egal. Auf jeden Fall, danke fürs Anschalten. Trotzdem, ja. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und, ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao.